Lukas kommt um die Blöcke rumgerannt, da ist er, Lukas und der wird für drei zum Sieg, zum Sieg, das kann nicht sein, Kostas, Lukas haut das Ding drauf und Olympia Kost gewinnt, ein Spiel, was eigentlich verloren war. Was für ein Dagger, was für ein Stich, was für ein Stich.